Kolumbien war noch bis vor wenigen Jahren, wegen des Bürgerkrieges, kaum ein Ziel für Reisende. Heute ist das Land sicher. Monika und ich konnten es daher kaum erwarten, Kolumbien endlich kennenzulernen. Auf Katarhena haben wir uns sehr gefreut. Und wirklich, es erschien uns wie eine Stadt aus dem Märchen. Direkt an der Karibik gelegen, gilt Katarhena als eine der schönsten Städte Südamerikas. Wir wanderten durchgepflasterte Gästchen und fanden über und über mit Blumen bewachsene, weitläufige Balkone. Mächtige Kirchen warfen in der Schatten über üppige grüne Plazas. Nicht umsonst ist das vollkommen ummauerte Stadtzentrum Weltkulturerbe. An einem Sonntag fanden wir die autofreie Altstadt ungewöhnlich belebt. Vollbesetzte Pferdedroschken klapperten über das Straßenpflaster. Eine kleine Gruppe von Entdeckern erkundeten die Stadt auf Sektbayollern. Des Rätsels Lösung, die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes, das im Haaren ackerte, nahmen die Stadt in Beschlag. Auf einer Halbtagesfahrt mit dem Bus erreichen wir einen der beliebtesten Nationalparks, Blumjet, den Tairona. Nach einer Einweisung durch Ranger machten wir uns auf den Weg. Auf einem Wanderpfad durchquerten wir den tropischen Trockenwald und wanderten über weiße Strände an kleinen Buchten vorbei. Nach einigen Stunden erreichten wir einen herrlichen Badestrand. Nach ausgiebigem Planschen im lauen Wasser der Karibik stärkten wir uns bei freundlichen Ureinwohnern und nahmen am frühen Nachmittag den Rückweg unter die Füße. In der uralten Tabakstadt Gihon verbrachten wir einen entspannten Sonntag. Wir gingen zum Marktplatz, schlägten ein Eis und lachten über einen Komiker, der die Menschen unterhielt. Wir stärkten uns in einem Restaurant mit einem Innenhof. Wie er auch in Andalusien kaum schöner zu finden sein wird. Wir sind in Kolumbiens schönster Kolumbian gekommen. Wir wurden Zeugung der Eröffnung eines Museums in Erinnerung an Antonio Nariño, eines Vorvaters der kolumbianischen Unabhängigkeit und Sohnes der Stadt. Das Ereignis wird mit Drehmusik und Teilnehmern in historischen Uniformen festlich begangen. Ein Filmteam nutzt die Stadt als fantastische Kulisse für einen Historienfilm. Das Ereignis wird mit Drehmusik und Teilnehmern in Erinnerung angeboten. Bogota befand sich im Vorweihnachtsfieber. Eine Straße in der Nähe der Altstadt La Candelaria war für den Verkehr gesperrt. Hier fanden sich fantastische Festbeleuchtungen, weihnachtliche Verkaufsstände, Schachspieler, die ihrem Sport krönten, Straßenmusiker und der Weihnachtsmann ganz sportlich auf dem Fahrrad. Am nächsten Tag schnappen wir uns den Reiseführer und suchen den Ort, an dem Bogota gegründet wurde. Am Rande der Altstadt fanden wir einen romantischen kleinen Platz mit Kapelle sowie ein Kopfstein-gepflastertes Gästlein. Ein Maler fing die Atmosphäre in sich stillen Winkels ein. Zum Abschluss fuhren wir mit der Seilbahn auf den Cerro de Moncerate, hoch über der Stadt. Wir genossen einen sagenhaften Blick über die Metropole mit ihren 9 Millionen Einwohnern. Am Morgen brachten uns Jeeps in das Kokura Valley zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Zunächst folgten wir einen Bachlauf. Baumpfahne, mit Bromelien bewachsene Laubbäume und bemooste Äste säumten den Pfad. Insgesamt sieben Hängebrücken waren zu queren, bevor wir unser Ziel auf 2860 Metern erreichten. Zurück nahmen wir einen anderen Weg, der im Wachspalmenwald endete. Die Art wächst an den anderen Hänge Kolumbiens, ist die höchste Palme der Welt und auch der Nationalbaum Kolumbiens. Hier im Kokura Valley wächst sie auf einem Glasteppich, der grüner und weicher nicht sein kann. Der Chef selbst führte uns heute über seine Kaffeeplantage. Es gibt tatsächlich nur zwei grundlegende Kaffeesorten, Arabica und Rustica. Die Aufzucht der Kaffeepflanzen bedarf intensiven Know-hows. Die Ernte lässt sich kaum automatisieren und ist sehr arbeitsintensiv. Für uns neu, der Kaffee muss gewässert werden, damit ihm der Zucker entzogen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Getreu dem Motto, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, machten wir uns in der Nähe des Städtchens San Augustin zu einigen weiter entfernten archäologischen Städten auf. Wir entdeckten Statuen aus vorchristlicher Zeit, an denen noch gelbe, rote, weiße und schwarze Farbreste anhafteten. In Pasto wird der berühmteste Karneval Kolumbiens gefeiert. Heute tanzte der Karnevalsumzug durch die Stadt. Auf aufwendig dekorierten Wagen präsentierten die Einwohner Legenden und Traditionen und spielten oft auch auf politische Ereignisse an. Für seine Farbenvielfalt, seine Fröhlichkeit und seinen kulturellen Wert hat die UNESCO den Karneval von Pasto zum mündlichen und geistigen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Der Karnevalsumzug dauerte geschlagene zwei Stunden. Wir genossen lebens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017